Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MagSnake, ich zock für euch Bastion und versuch das auch direkt. Drücken Sie linke Taste, um dich gegen Angriffe zu verteidigen, die du nicht ausweichen kannst. Wir werden alle besser aus sein, wenn die Bastion fertig ist. Sagt ihr, glaube ich, beim letzten Mal bereits. Wir haben einen neuen Shard, den setzen wir direkt bei Rimm. Die Monumenten werden besser. Zolf hat sicher ein Nummer an ihn gemacht. Das Memorial wird vielleicht beendet, aber unser Teil ist weit weg. Er hat sich ja noch den Platzspieler, der vom Sunclerc gefunden wurde. Weißt du, wie er funktioniert? Ich dachte mir, er würde ihm gefallen. Schön, schön. Fragen wir hier... ...Kräule auch nochmal? Na? Was ist mit einem Grammophon? Ich glaube, es ist wahr, ein kleiner Song kann Dinge in Perspektive setzen. Ja, da hat er natürlich sehr recht. Ich habe darüber hinaus eine neue Option im Waffenlager. Ich denke mal, es geht hier um einen Galeonenmörser. Den möchte ich aber gar nicht. Ich möchte an der Stelle wieder meine Duellpistolen haben, zusammen mit dem Feuerball. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Aber der Schleicherspieß auch nicht schlecht war. Ha! Halbdistanzwaffe, die auch geworfen werden kann. Aber ich nehme die jetzt einfach mal. Jetzt brauchen wir hier noch eine Fertigkeit. Und ich nehme auf mich in der Schuss, direkt auf die empfindlichste Stelle des Feindes. Nachdem die Pistoläre aus dieser Briegeine geführt haben, wurde die Duelle bald komplett eingesellt. Ja. Nehmen wir mal. Schön. Kann man's. Er ist ein spitzendes Bild von Slinger Jawson mit dem Bicke und den Pistolen. Ich hatte doch vorhin hier irgendwo dieses Grammophon abgelegt. Das finde ich jetzt gerade nicht wieder gut. Schade. Ich habe schon gewiesen, woran er so zu mir sie gehört hatte. Was haben wir denn Neues in der Gedenkstätte? Oh, jo. Ich sehe schon eine ganze Menge. Eine ganze Menge Gedöns. Ich hoffe, die verlobte Anzahl von Anbanken, die in der Landschaft verteilt sind. Habe ich das? Was ist das? Oh. 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 1.500 Charcs. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh... Müste ich mal wieder... ...in der Schmiede investieren gehen? Was haben wir denn hier? Ditte... ...für... Er lässt sich nicht von seinem alten Freund mit einer stürzten Grip wie so gehen. Er hat für all diese Schleicherspieß gemacht. Das ist nicht das Schlechteste. Hier haben wir für den Schleicherspieß auch gleich was. Auch das. Hier haben wir noch was für den Galleonsmörser, etwas Verbohltes. Klar, werten wir auch gleich auf. Und den Feuerbalk. Der Treibstoff hält lange vor und wird dann rückstandslos Treibstoff. Zumindest es wird hier nicht kalt sein, mit dem hier drin. Supi! Da sind wir ja, bin ich ja und wir alle zusammen. Froh und glücklich und können den nächsten Schark suchen. Nur ein paar Scharfe. Der Quarry muss einen haben, richtig? Was ist das? Das ist ein Übungsgelände für die... Für die... Für den Tierwehr. Das ist ein Übungsgelände für den Mörser. Warum alles nicht? Wir wollen Bürsteingrube! Die Quelle für Wohlstand. Splitter suchen. Und los! Stimgaugen sind überaus schadensresistent, wenn wir ihre Augen geschlossen haben. Führe. Ich merke auf alles, was ihr brauchst, um eine Stadt wie Zelandia zu bauen. Es braucht starkes Arbeit und Beswait- und es braucht auch Wurz-Stone-Quarri. Ich merke, ob sie sich jetzt nach sind. Die Urra-Tunnel neben der Quarren müssen eine soffene Blut von der Kalamitie erzeugen. Wir haben das ganze Ort aus der Urra-Tunnel gekauft. Das Gleiche geht mit den nativen Rattletails. Das sah ein bisschen aus wie ein... ...Pokémon fand ich. ...Zoom. Ich habe abgeschlossen die Pistoleros. ...Whatever. Ich muss jetzt mal gucken, was ich später genau gemacht habe. Ja. 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 Ich weiß, dass da was tut. Aber ich komme ran mit dem Spieß. Das ist von Vorteil. So, dann gehen wir in der Gegend. Das ist ja alles echt gut. Total eng! Ich lande Axt, und da komme ich nicht durch! Ach, das ist doch nicht so. So, komm. Wir gehen durch. Wir gehen durch. Wir gehen durch. Gut. Gut. Was ist er jetzt gegen mich? Alter. Du bist auf Scheiße. Du bist auf Scheiße. So. Scheiße. Das ist ein Quarry von Pest. Das ist ein Problem. Aha. Das ist, äh... Eine eher unangenehme... Das ist eine kleine... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist hier? Nix in der Station. Gare und nix. So ein Vorstück. Lade hier. Was ist hier? Wir haben heute noch wirklich vorgehalten. Auch nicht so richtig. Aber wo denn da? Hier geht's weiter. Ja, dann habe ich falsch geschleid. Das ist doch nicht klar. Das ist doch nicht klar. Das ist doch nicht klar. Ähm... Hier, ich will mich so gut durch. Oh, das ist doch nicht toll. Tja... Das ist doch nicht klar. Das ist doch nicht klar. Das ist doch nicht klar. Okay. Ich glaube, ich komme hier mit dem Schleicherspieße. Ganz so weit. Ähm... Ich werde wieder umrüsten auf Mörser und Feuerball. Dazu hätte ich gerne... die Schleppel aus Mörser aus Mörser abkoppeln. Tja, nö. Dann noch eine Benatengranate, wa? So! Oh! Ich weiß, wer auf dem Weg sitzt. Ich weiß, wer auf dem Weg sitzt. Ich weiß, wer auf dem Weg sitzt. Und... ... Ich weiß, wer auf dem Weg sitzt. Ich weiß, wer auf dem Weg sitzt. Da was liegt Was ich einsammeln möchte Was guck ich jetzt Was sehen ich es Äh Alle weggespringt So Jetzt muss ich aber hier weiter Dann kann ich hier durchbuss Das ist ja hier Ups Hier wird geschaltet Aber ein bisschen Nee Nein So war das jetzt nicht gemeint So Schon besser Schon viel, viel besser Das ist ein Vorteil Nämlich Von den lustigen Anwerfer ist das auch funktioniert Wenn die geschlossen sind Die größten Die größten Du kennst als Kors Oh Wo bist du her? Alter, das Ganze Ein solches Kors kann die Lichter auf in dem gesamten Stadt Die größten Stadt Bums Ich bin sogar für tot und so Bums So, jetzt weiß ich immer nach wie vor nicht, wo ich weiter muss Das sieht nicht richtig aus Hier Hier Bin ich runtergefallen Uncool Sehr Uncool Die größten Das ist Ah Wir kenne sie Shards Komis. Hast du auch noch einen ab? Komis. Aha. Das ist ein bisschen ethnisch hier, wa? So. Uh! Well, now the quarry is all dried up. These rocks are much too young to be a use. Aha. Remember how I said, Rattletails ain't the worst thing in the quarry? That honor goes to a beast we took to Colin, Sir Lunky. Massive things stop many of our boys. We just couldn't get rid of him. Ahh! Reilen! Reilen! Was ist denn hier los? Verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe keine Lust das nochmal zu machen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Boah! Ha! Ha! Da habe ich ja, äh, mehr Glück. Was kommt? Nehmen wir mit. So. Wo habe ich jetzt, äh, irgendetwas gehört? Es ist er. Ich habe gekommen, dich zu warnen, er sagt. Ach, der Zulf. Aha. Will mich warnen. Jetzt brauchen wir mal eine Frage, Zulf, warum er die Bastion verlassen hat. Genau. Was ist denn dort hinten zwischen dir und Rux vorgefahren? Der Bastion ist unter Siege. Lass es fallen. Du sollst nicht zurückgehen. Doch. Ja, aber meine Freunde. Und so. Und so. Genau. Genau. So. Splitter nehmen wir mit. If that's the way it is, he says. Then I won't stop you. Gut. Dann lass it. Weil meine Landwirte will. So. Äh. Oh. Zack. Das. Hat. Zulf entdeckte die Ursprung der Katastrophe, als er das Notizbuch entschlüsselte. Sag, was du willst über Zulf. Aber er ist ein Mann von seinen Worten. Okay. Wo. Nein, Leute, das ist nicht meine Bastion. Dieses Land interessiert nicht viel für Leidenschaften, doch. Das ist zu schlecht für das. Zulf zeigte ihnen hier den Weg. Und hier kamen sie, um Revenge zu nehmen. Ja, aber... Wunder. Nur eine Bastion. Ich glaube, es hackt. Sie kamen in die Bastion und schlitten die Tür. Die Kinder müssen in die Beine gehen. Ah. Hintertür. Ich nehme Hintertür. Ich sollte ihm später über all das gesagt haben. Ach, vielleicht aber nicht. Wurde. Wurde. Es scheint, dass die Urra die Mädchen nahm. Da ist ein Skyway. Das merke ich mir. Weil... hier ist noch so ein... Dings. So. Äh... Und... Hops. Und... Hops. Wir haben versucht, ihn zu stoppen. Aber wir brauchen Hilfe. Hä? Wir haben so ein... Alles gerade freigelassen, was scheiße ist. Spinner-Volk. Und... Schau. 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 Oh, Baby, Penger. Zulfsquirt, he don't make it. Zack. Auch abgeschossen. Wo fehlt den jetzt noch keiner? Ich kämpfe gegen einen Stier. Somehow, in irgendeinem Weise, er sendet die, die wir abpacken. Problem ist, es geht nicht. Zulfs Plan funktioniert. Hm. Erwerbe den Goldpreis in einem Übungsgeländer... Blablabla. Schön. Dann erzähle ich ihm, warum die Urhe kam. Um uns zurück zu holen. Für die Klamide. Es war Ceylandia's Masterplan, um die Urhe rauszuziehen. Oh. Oh. Aber Teil dieser Plan hat zurückgezogen. Nichts? Ja. Ja. If only Zulf knew the whole story. Tja. So ist das, wenn man Leute ausrotten will. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh... Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir nochmal anfangen, die Bastion wieder aufzubauen. Es ist ja... Es wird ja langsam eine unendliche Geschichte. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst bitte gerne mal einen Kommentar oder einen Daumen nach oben wandern. Oder so. Und ansonsten, äh... Ja. Freue ich mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis denn. Macht es gut. Zockt viel. Zockt schön. Tschüss. Tschüss.